hallo meine lieben kreativen und herzlich willkommen zu meinem neuen video wir basteln heute eine pocket card zusammen eine pocket card ist eine karte die ein kleines fach hat in das man eine zweite kleinere karte einstecken kann oder wie in meinem fall heute ein kleines tag ich wünsche euch jetzt viel spaß beim schauen von meinem video und wenn ihr so der pocket card nach bastelt wünsche ich euch natürlich auch beim nach basteln ganz viel spaß und jetzt geht's los wir brauchen cardstock in der größe 29,7 x 10,5 designer papier ich habe hier ein ganz tolles von meiner stampin up demo bekommen in den maßen 16,0 x 10,0 dann weißer cardstock zweimal in 7,5 x 10,0 dann brauchen wir noch ein bisschen band unsere lochzange eine öse und ich habe schon vorbereitet den schriftzug danke dazu sage ich aber später mehr und anfangen tun wir mit unserem schneide und falzbrett der recht kann auch mal weg wir nehmen uns unseren cardstock in pink der 29,7 x 10,5 cm groß ist und legen den bei 14,8 ein und falzen einmal und dann schieben wir den cardstock weiter auf 8 cm und schneiden uns 8 cm ab dann knicken wir das bei 14,8 da wo wir gerade gefalzt haben ja und ich habe vergessen wir brauchen natürlich noch kleber und ein falzbein und ich falze jetzt einfach meine falzlinie noch mal nach dann nehme ich mir meinen kleinen hebelschneider und das tolle papier was ich von meiner stampin up demo susanne geschenkt bekommen habe da habe ich dann gemerkt das ist 10,5 in der breite deswegen habe ich erst einen halben zentimeter abgeschnitten und dann habe ich mich irgendwie verrechnet weil nachher stimmen nämlich meine maße nicht mehr ich wollte eigentlich 9,7 und 6,3 nachher haben aber irgendwas hat dann nicht ganz gepasst das seht ihr jetzt gleich es sollte nämlich hier ringsrum ein rand geben dann war ich extrem angefressen habe mir dann aber noch schnell ein anderes papier geholt das habe ich in meiner rechte kiste gehabt und jetzt klebe ich eben das papier einmal auf die innere seite quasi auf die lange seite aber so dass man oben und an den seiten einen schönen rand hat da nämlich die karte gleich eingeklappt wird sieht man das nämlich sowieso nicht ob da das designer papier nach unten weiter geht aber schaut es euch einfach an dann versteht man es hoffentlich besser so und dann klebe ich mit dem flüssig kleber quasi das pocket halb zu eben so dass noch oben ein schlitz bleibt wenn man es so beschreiben kann ja gut fest drücken und ich überprüfe noch mal lieber noch mal einmal mehr drücken und dann kleben wir das kleinere teil auf unsere lasche vorne und auch das drücken wir wieder gut fest so und jetzt nehmen wir uns den cardstock den wir vorher von unserem großen cardstock abgeschnitten haben der müsste jetzt 10,5 x 8 cm haben und da passt jetzt nämlich perfekt unsere weiße cardstock drauf der nämlich 7,5 x 10,0 cm ist und den klebe ich von beiden seiten drauf dann nehme ich meine loch zange und stanz mir ein loch rein und dann nehme ich meine öse und popel mir meine öse in mein tag rein und quetsche die dann mit meiner loch zange auseinander so dass es eben sauber aussieht ich habe dann leider erst gemerkt dass es nicht ganz mittig ist also dass die öse nicht ganz mittig von meinem tag ist aber das fand ich dann nachher nicht mehr so schlimm ich schneide mir dann ein stückchen von meinem rosa farbenen organza band ab und ich mache es ganz gern dass ich mir die enden immer so ein bisschen an kokel anschmelze keine ahnung wie ich das beschreiben soll auf jeden fall so dass sie sich eben nicht mehr aufdrillen können genau und dann schiebe ich die beiden enden durch die öse durch und mache hier so eine knoten lasche was auch immer rein so dass es eben so aussieht und dann ist eigentlich der tag auch schon fast fertig ich nehme mir dann noch meinen schriftzug danke den habe ich schon zuvor doppelt auf kraft cardstock und einmal in rosa ausgestanzt und habe den übereinander geklebt und auf ein stückchen purple tape drauf und jetzt bringe ich da klebe auf und dann klebe ich das noch auf mein tag drauf möglichst gerade ich habe dann noch nouveau drops auf meine karte aufgebracht oben zwei unten zwei einmal die farbe carnation pink und einmal die farbe sweet lilac und fertig ist meine karte ihr seht jetzt gleich noch zwei andere beispiele von pocket cards die ich gemacht habe ich wünsche euch viel spaß beim nachbasteln und lasst mir gerne einen daumen nach oben oder ein abo da bleibt gesund bleibt kreativ eure neddi